herzlichen willkommen zu einer weiteren folge der karte von thüringen wir machen ein bisschen raumarbeiten damit wir es weil er mit einem wege stand aber das geht nicht so ganz wie ich noch will jetzt geht es weg aber dran er lädt ja nicht auf wenn er voll ist oh oh genau Blau geht nicht, grün muss er werden Das Holz ist ja auch nix wert Lohnzahlung, ja Was wollen wir aufladen, ne, er macht es ja anscheinend teilweise Jetzt fertig Oh, ist er fertig? Lass ihn mal stehen Bin mir nicht ganz sicher Trau nicht, brühe nicht ganz Dann wärs gut Jo, der geht auch vorwärts Braut auch ne Weile für Ist der Feldform geschuldet? So Schwer So So ein klein fahrzeug kann man tatsächlich machen Oder mit der Truppenfräse Auflösen Naja So So Naja We Eh bei der herbst spätestens dann wieder ein fahrzeug vorbeifährt die tat im weg das wäre schlecht gut da oben stoppen fräser komisch da ist kommen solltet so Ich hab die Tour dann, ne? Ja. ja es ist fürs tandenholz oder fichtholz gedacht aufladen gelten heute mit keins so keiner gesehen aufgeräumt aber nur wege da hat es keinen absichern und ab verkauf dame versuchen noch mal hat keinen zweck weg räumen ohne die truppen fräse 10 km ab schon beim wenden bestimmt zum trocknen wird lagerfeuer so laufen jungen laufen so sägewerk bei bernholz so fahr mal schnell zum sägewerk das war der ternpfahl kann ja gesehen heute gibt es ja nicht so dann haben wir die nächste aufnahme fast fertig dann machen wir wieder mit dem wald dann kommt näher der nächste spaß ernte von getreide wo das noch ein bisschen dauert das hat erst die erste wachstufe das wird nicht viel bringen aber man freut sich wir aussteigen abladen ausladen aussteigen 4000 ja fast 4300 107 fehlt aber noch los 6 zurück die wiesn kann es hier auch nicht gebrauchen da rollen alle rundenballen weg da musst du jetzt ne quaderballen haben der nächste unfall aber hier geht nicht kaputt diese fahrer wird zurück schon wieder befolge für ende ist es verwahrt aber sind meistens losgeworden die frete noch nächste folge dafür da den rest verarbeiten können und entfernen können dass der nächste traktor da problemlos um die kurve kommt denn die nächste aussage kommt bestimmt dann fahren wir den elke wird gleich zum holzchen weil da wollen wir so hinfahren entscheidet man wie lange da brauchen würde der würde aus und seit aber mit holz auf so schön aufforsten nähe und dann ja 1, 2 Stämme gehen noch. So voll. Aber Glück gehabt, dass wir durchfahren können. Wir müssen... Das war knapp. Dieses Gewicht ist extrem. So, fahren wir noch weg auf. So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Ihr kommt, was hat euch gefallen. Würde mich freuen, über ein Like. Auch gerne über ein Abo, ich sage mal Danke. Ansonsten hört und sieht man sich zur weiteren Folge. Dann sage ich Tschüss und winke. Bis denn. Tschaui.